Thailand, Sophia Tomala, 34, drückt Single-Mann Garrett, 24, vor laufender Kamera ein Kondom in die Hand, dem fällt nur Sekunden später vor Schock die Kinnlade in den Keller. Selten war das inoffizielle Motto, das gab es bei Ayudevon noch nie, so zutreffend wie in den Folgen 9 und 10 der RTL-Plus-Koppelshow. Die Kandidaten finden innerhalb kürzester Zeit gleich zwei Perfect-Matches. Das erste ist Wilson und Shelley, beide 24, die entgegen dem gewöhnlichen Prozedere keine gemeinsame Nacht mehr im Boom-Boom-Rum verbringen dürfen, sondern schon am selben Abend die Villa verlassen müssen. Weil die Gruppe daraufhin bittere Krokodilstränen um die beiden Abgänger vergisst, wartet Sophia Tomala in der Matching Night, drei Lichter, mit einer melodramatischen Trauerrede in Bester-Schmieren-Theater-Money auf. Wir sind heute hier zusammengekommen, um Abschied zu nehmen, verkündet die Moderatorin, wischt sich dabei geziert eine imaginäre Träne unter der schwarz getönten Sonnenbrille weg. Plötzlich und unerwartet sind Wilson und Shelley von uns gegangen. Vielleicht finden wir Trost in dem Wissen, Wilson ist jetzt an einem besseren Ort. Einem Ort, an dem er ungestört und unbeobachtet. Schnachseln, Nageln, Hemmern, Bügeln, Pimpern, Lachsen, Kopulieren und Einlochen kann. Gott habe ihn sillig. Während Sofias ironische Mitleidsnummer etliche Lacher erntet, sind die Konsequenzen nach der Entdeckung des zweiten Perfect Matches der Doppelfolge, schon das dritte Perfect Match der laufenden Staffel, noch weitaus schwerwiegender. Ayude Won, Gerrit ist der Mann mit den drei Perfect Matches, Gerrit, 24, und Theis, 21, wurden nach ihrem Date in die Matchbox gewählt, der nächste Volltreffer. Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt, Gerrit ist der Mann mit den drei Perfect Matches, wodurch noch zwei weitere Frauen mit sofortiger Wirkung und ohne ihren Anteil am Jackpot die Rückreisen nach Deutschland antreten müssen. Doch bevor Sophia Tomala die Bombe platzen lässt, führt sie die Kandidaten fies an der Nase herum. Die Moderatorin verteilt Taschentücher, verkündet dann mit seffisantem Grinsen, ich hab noch was, Gerrit. Safety first. Prompt drückt sie dem Kölner Studenten ein Kondom-Tütchen in die Hand, für die Honeymoon-Suite. Der breit gebaute Schnauzbarträger nimmt das eindeutig zweideutige Präsent überrumpelt entgegen. Dann entleisen ihm mit einem Schlag sämtliche Gesichtszüge, als Sophia offenbart, anyway, du bist der Mann mit den drei Perfect Matches. Schnappatmung bei der versammelten Runde, doch eine Single-Lady trifft es besonders hart, Melanie, 23, steht als zweite Nachrücken bereits als doppelte Matchpartnerin fest und ist damit raus. Wer die dritte Frau ist, die gehen muss, wird als Cliffhanger offen gelassen. Es könnte jede treffen. Dating-Dilemme, zwei Frauen streiten wegen Ryan, doch der will plötzlich eine ganz andere, doch auch ohne das Eingreifen von Sophia Tomala mangelt es nicht ein Drama. Edda, 22, und Ryan, 21, können einfach nicht voneinander lassen und verbringen die Nacht im selben Bett, was die vorherige Bum-Bum-Rum-Beischläferin des umtriebigen Sunnyboys, Pierre, 24, säuerlich stimmt. Eine Aussprache zwischen den beiden rein Bewundernden geht voll nach hinten los. Du hast dich lächerlich gemacht. Musst du auch nicht gucken wie ein Auto, Edda, ätzt Pierre los in dem Glauben, Edda hätte hinterrücks über sie gelästert. Besonders absurd wird es schließlich auf einer Strandparty. In kleiner Runde küsst Ryan Edda, und hat dann plötzlich nur noch Augen für eine andere Frau. Nicht Pierre, sondern eine dritte, Jana, 26, die, spätestens nach seinem ungewollten Liebes-Outing, fest mit Sida, 26, verkopplä ist. Und auch die blonde Krankenschwester aus Dortmund scheint von dem notorischen Fügleisfahrer nicht abgeneigt zu sein und sucht die Nähe zu rein. Wenn das mal gut geht. Das ganze Dating-Dilemma gibt es ab sofort in den Folge 19 von Are You The One bei RTL Plus zu sehen. Neue Episoden erscheinen immer donnerstags im Doppelpack. Das ganze Dating-Dilemma gibt es ab sofort in den Folge 19 von Are You The One bei RTL Plus zu sehen.